Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Himbeermarzipanpralinen. Fruchtig, lecker, süß. Die Himbeermarzipanpralinen schmecken wohl einer jeden Naschkatze immer und überall. Für 40 Stück werden folgende Zutaten benötigt. 400 Gramm selber gemachtes Marzipan oder Marzipanrohmasse aus dem Handel. 200 Gramm selber gemachte Himbeermarmelade oder gekaufte Himbeermarmelade aus dem Handel. Das ausgekratzte Mark eine Vanilleschote, 100 Milliliter Himbeergeist, weiße Schokoladenglasur aus etwa 800 Gramm weißer Schokolade, gehackte Pistazien oder Mandelstifte. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage, Küchenmaschine mit Mahlwerk oder Moulinette für das Marzipan, Messer, Schneidebrett, Küchenmaschine oder Handrührer mit Rührbesen und Schlagkessel, Teigschaber, Doktorissiersack mit Sterntülle, Durchmesser ca. 10 Millimetern, zwei Backbleche ausgelegt mit Backpapier, Topf für das Wasserbad, Schüssel für die Schokolade, Pralinengabel, Papierpralinenformen, Zubereitung Das Vanillemark der Vanilleschote auskratzen Das Marzipan laut Rezept zubereiten und in Stücke schneiden Die Marmelade, den Himbeergeist sowie das Vanillemark zugeben und zu einer glatten Masse verkneten Das Himbeermarzipan in einen Spritzbeutel füllen Die Backblech mit Backpapier auslegen und 40 gleichmäßig große Tupfen spritzen Im Backrohr mit Umluft bei 60 Grad Celsius für ca. eine Stunde trocknen lassen Danach die weiße Schokolade über Wasserbad nach Rezept zubereiten Die getrockneten, ausgekühlten Himbeertupfen etwa zur Hälfte in die Glasur tauchen Mit der Pralinengabel herausnehmen, am Schüsselrand abstreifen und in die Pralinenförmchen setzen Vollkommen fest werden lassen und verspeisen oder verschenken Lagerung Gut gekühlt und richtig gelagert halten die Kekse ca. ein Monat Die fertigen Pralinen sollten in einer luftdichten Dose aufbewahrt werden Einzelne Schichten von Plätzchen mit Pergamentpapier trennen Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch, Vanillemilch, Honigmilch oder heißer Kakao Glühwein, Glühmost, Punsch oder Grog Ein gutes Glas Amaretto, Mandelikör, selber gemachten Himbeergeit oder Baileys oder ein anderer Likör optional Diese Varianten gibt es Die Pralinen anstatt mit Himbeermarmelade und Himbeergeist mit Sternchen 200 g selber gemachte Kirschmarmelade und Kirschlikör oder anderen Obstsorten zubereiten Den Likör durch den verwendeten Früchten entsprechenden Fruchsaft ersetzen Für den Extra-Crunch die Pralinen nach dem Tunken in der Schokolade mit gerösteten und gehackten Pistazien, Mandeln, Haselnusskrokant oder anderen gerösteten und gehackten Nüsse bestreuen Weiteres leckeres Weihnachtsgebäck, Süßwaren Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!